So, ich weiß, was jetzt kommt und da habe ich auch ein letztes Mal gefailt, aber so viel Glück, wie ich im Moment habe, werde ich das auch schaffen. Aber ich weiß, dass da drin Wissenschaftler sind, aber ich muss erstmal hier ein bisschen rumgucken. Gucken, wo die Tür mich hinfülle. Wahrscheinlich, ja, genau. So was finde ich auch scheiße. Ey, die Tür denn so gleich aufmachen können, das hätte mir so viel erspart, ne? Boah, fuck. Okay, das ist mir jetzt, ehrlich gesagt, Wayne. So, den und das. Mal gucken. LOL. Verdammt. So, da bin ich wieder. Jetzt will ich das Game weitermachen. Ich habe ja gesagt, ich zog jeden Tag ein Stück. Ich glaube zumindest, dass ich das gesagt habe. Oh ja, die Waffe verzieht gar nicht. Ja, noch mehr. Ja, genau, als ob. Er steht daneben und überlebt. Mhm, ja, richtig. Why not, könnte amazing werden. Ah, jetzt kriege ich glaube ich auch nicht die Pumpgun. Ah. Oh, fehl, ey. So, verzeiwigen. Ja, genau. Eigentlich sollte jetzt was passieren und dann wäre ich schon weiter, aber nein. Ach ja, irgendwas muss ich mir in der Kiste machen. Ich weiß aber gerade nicht was. Ja, genau. Ähm. Gut, die Kiste steht hier garantiert nicht umsonst. Aber ich lasse die erst. Wow, oh Junge, Alter, habe ich mich gerade erschreckt. What the fuck, Alter. Die Dinger sieht man ja auch. Komm. Oh, schade, ich dachte ich kriege jetzt diese komische Waffe. Ich weiß gerade den Namen nicht. Boah, fail, ey. Ah, der ist ja schon tot. Ho, ho, ho. Äh, nein, das fällt. So, hier. Genau. So, easy. Glaub ich, der noch in der Armbrust drin. Oh, Mann. Okay, in der und in der war ich noch ein paar Schüsse. So, das ist wirklich gerade ganz schön wenig. Okay, das ist auch richtig. Okay, also soweit ich das Game jetzt kenne, müsste irgendwas hochgehen oder so. Ah, naja. Ah, genau, richtig. Oh, hier konnte ich mal reingehen. Hier war doch bestimmt eben gerade einer, der das gestartet hat. Oh, Batsch, bricht schlags. Nein, eigentlich nicht. So, mal gucken. Ich hab doch jetzt alle Lässe aktiviert. Genau. Alles klar. Hier ist einer. Hier ist gar nichts. Und auf einmal ist komische Musik im Hintergrund. Das heißt natürlich nichts Gutes. So, ich denke einfach mal, dass ich hier zurückgehen muss. Und da kommen schon die ersten Headcrabs. Genau. Naja, ich suche mir einen anderen Weg. Ich hab jetzt keinen Bock, die ganzen Headcrabs zu töten. Das kostet mich zu viel Money. Ey. Wow. Das hat's jetzt echt gebracht. Also ich meine jetzt wirklich, das hat's gebracht. Na, also zwölf Stück, das ist ja schon über ein Zehntel. Oh Mann, dann schade ich da einfach durch. Ich laufe. So, jetzt muss das aber aufgehen. Nein, immer noch nicht. Ey. Wow, wow, wow. Oh, wie ich das weiß, ne? Ich bin aber so ein kleiner Cheater. Wow. Oh. Ey, ich hab schon kaum Money und muss noch gegen tausende Headcrabs kämpfen. Das ist so unfair worden im Spiel. Oh, du Scheiße, Alter. Wow, wow, wow. Hä, ja, hier war doch irgendwas, was ich noch machen muss. Ich weiß aber gerade nicht was. Das hat irgendwas mit der Kiste zu tun. Mit der Kiste. Äh, nein. Ey, komm. Komm, komm doch mit. Ähm. Ähm. Oh Mann, ich hab das Spiel schon so zweieinhalbmal durchgemacht und weiß trotzdem nicht, was ich hier machen soll. Okay, die Kiste kann ich auf jeden Fall nicht hoftragen. Hm, ah, ich glaub ich war schon... Ah ja, nein, nein, eigentlich nicht. Ich kann jetzt nur raten, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das für irgendein Laser schieben muss. Ich nehm einfach mal der da vorne, weil der da gerade so lasert. Oder auch nicht, weil der Marine mich blockt. Scheißkind. Ah, doch nicht. Alles klar, doch kein Scheißkind. Also ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt wahrscheinlich der große Fehler, den ich mache. Lass mal was aufnehmen. Puh. Okay. Wow, wow, wow. Ja. Genau. Ja. Hm. Okay, also eigentlich ist das schon wieder ein Grund, das Spiel abzubrechen. Ich mein, ich werde es erstmal noch nicht abbrechen, weil das könnte man durch Spieletits noch ganz einfach rausfinden. Schleich der Läu. Wo ich übrigens gestern mal geguckt habe, wie weit ich schon bin, weil ich kenne das zwar auswendig, aber... Also so gut wie auswendig, aber trotzdem weiß ich ja nicht genau, was wann kommt. Und ich bin eigentlich schon über die Hälfte. Also bin ich... Bei der Komplettlösung bin ich von Seite 13 und 22. Ja, ja. Oh man, das kenne mich gerade echt auf. Ich laufe eigentlich nur rum und warte, dass irgendwas passiert. Also es könnte ja sein, dass ich irgendwie rumlaufen muss und was passiert ist. Das hat irgendwas mit hier zu tun, das weiß ich. Hier kommt bestimmt irgendwas rein oder so. Naja, das nicht. Okay, mal sehen. Hm, also die Kiste ist ja nicht umsonst in dem Raum, würde ich sagen. Naja, war ja nur einschoss egal. Hm, mal sehen. Hier geht einer, hier geht einer hier rein. Das ist richtig. Hier geht auch einer rein. Das ist auch richtig. Und ich hab keinen Bock mehr. Das ist auch richtig. Mann, ich hab doch Granaten. Als ob die Granaten nicht durch die Wände kommen. Dann würde ich mich hier einfach rausschießen und würde dann abhauen. Meine Fresse, als ob die mich erwischen. Aber nein. Ich komm gleich drauf. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich glaub, das hat irgendwas hier mit zu tun. Ich muss es irgendwie runterlassen. Äh, das geht schon mal nicht. Das sehr vielleicht. Ein auf den und dann. Aua. Äh, vielleicht irgendwie irgendwie. Ah doch. Leufell. Äh, Ultrafell. Oder das soll so sein. Ja, ich glaub, das soll so sein. Hey, ich hab das vorher an... An... Oder ausgemacht. Ich weiß nicht. Eins vom Bein auf jeden Fall. Oh man. Schönes Game. Ey. Wunderbar. Und der Bug jedenfalls auch ganz nett. Oh man, ich hätte mehr nicht gewinnen, ich hätte mit einem anderen Spiel angefangen. Irgendwas leichtes. Warcraft oder so. Aber wenn ich das auch nur wünsche, zu sich gewinnen. Wir sind ein wenig. Jetzt holen Sie uns hier raus, bevor die Schäfer, die die E-Miloten herausfinden, wo wir uns verschlecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Refinance-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir uns der Überbruch wieder raus. Sie müssen aber zuerst die Medien-Anhalt abstellen. Jedes hat sich eingestellt, aber ich fürchte, hat sich wieder bis hierher zurückgeschafft. Ja, sieht so aus, ne? Ah, ich als High-Skiller hier schaffe das natürlich locker. Äh, nein. So. Naja, das sieht doch mal in den Baus. So, wenn sie sich mitten in den Schwarzen, den Alten oder den... Mal sehen, der guckt so grimmig, der... Ja, der sieht mir sympathisch aus. Hi. So, dann wollen wir weiter. Hier, der gibt mir ein bisschen Muni, gibt dann nicht, hätte er geben können. Juhu, endlich komme ich weiter. Ich weiß, was mich erwartet, und zwar irgendwann Xen. Okay, das ist klar, irgendwann, aber schon sehr bald. Ich glaube, ich gehe jetzt raus, dann habe ich da schon keinen Bock mehr, dann flame ich die ganze Zeit über das Spiel rum und dann laufe ich erstmal falsch. Naja, Hauptsache er folgt mir. Kriegt ein bisschen Sport, wird er schneller und dann kann er vor den Marines auch abhauen. Boom. Der guckt da gar nicht drauf, der guckt da drunter. Ehrlich? Hey, cool, ich darf mich durchschleichen. der 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 die der der zweite diese ich wollte mich durchschleißen und toll rau 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 so ist sie koin das ich habe jetzt kein bock wirklich alles zu stellen weil das langweilig wer und wenn er die am geschützt haben ich meine die haben uns geld gekostet naja nicht uns aber hoffentlich entspannung alles klar hab dich gar nicht gesehen und dich habe ich auch nicht gesehen hätte sein und wieder hoch peng voll in die fresse peng voll in die fresse zwar ich bin zwar eigentlich nicht so der muni verschwender aber hängt voll in die fresse ja oder so mhm das kenne ich auch noch allzu gut die brücke oh ja die brücke nein ich wollte ich weiß gar nicht den henni mit der waffe zerstören wo er geht ja wirklich naja ist ja chillig wusste ich gar nicht naja jetzt mehr ehrlich das wusste ich nicht ich dachte erst den muss ich später zerstören zeige ich euch dann wenn ich meine wenn der dann da noch kommt ja toll da kann ich nicht reinschießen ah den kann ich tun ja Leute sonst fiegt die bei mir immer runter ah Mensch ich hab da den gesehen ja mit Traumschutz Alter Zucker boah übertreibt es immer nicht oh ähm okay ich muss euch hier als Wasser so tja jetzt kannst du mich nicht mehr abschießen würde ich sagen ich weiß zwar nicht was ich gerade aktiviert habe aber da war gerade eine Leiter und da dachte ich ich komme mal hoch also bei Posting Force ist genau die gleiche Brücke soweit ich weiß und dann steht hier eigentlich ein Alien und da ist auch nicht so ein Tor und da steht er auch nicht und hier drin ist auch sowas nicht komisch ich kenne ihre eigenen Spiele nicht ey